Ricarda Lang, eine der bekanntesten Figuren in der deutschen Politik, steht seit Jahren im Rampenlicht. Als Vorsitzende der Grünen Partei hat sie es geschafft, sich in der oft stürmischen Welt der Politik zu behaupten. Doch hinter der Fassade einer entschlossenen und starken Anführerin gibt es auch eine private Seite, die kaum jemand kennt. In den letzten Monaten sind Gerüchte aufgetaucht, die das Bild, das viele von ihr haben, infrage stellen könnten. Heute werfen wir einen Blick auf diese Gerüchte und enthüllen, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht. Die Diskussionen begannen leise, fast unbemerkt. Ein flüchtiges Gerücht hier, eine Andeutung dort. Doch in den letzten Wochen ist das Interesse an Ricarda Langs Privatleben sprunghaft angestiegen. Es wird viel darüber spekuliert, wer der Ehemann dieser einflussreichen Frau sein könnte. Einige behaupten sogar, dass es ein dunkles Geheimnis in ihrer Ehe gibt, das sie vor der Öffentlichkeit verbirgt. Das Thema Babys ist ebenfalls in den Fokus gerückt. Insider berichten, dass Ricarda Lang und ihr angeblicher Ehemann seit Jahren versuchen, Eltern zu werden. Doch es scheint, als ob das Schicksal ihnen nicht gewogen ist. Freunde und Kollegen haben bemerkt, dass Lang in letzter Zeit oft abwesend und nachdenklich wirkt, als ob sie eine schwere Last mit sich herumträgt. Aber wer ist dieser geheimnisvolle Ehemann, und warum wird so viel Geheimniskrämerei darum gemacht? Es gibt viele Vermutungen, aber keine klaren Antworten. Einige sagen, dass er ein wichtiger Akteur in der politischen Landschaft ist, der jedoch im Hintergrund bleibt, und nicht von Langs Erfolg abzulenken. Andere glauben, dass er gar kein Deutscher ist, sondern aus einem anderen Land stammt, was die Situation noch komplizierter macht. Während die Spekulationen weiterzunehmen, wird auch über den Zustand der Ehe gemunkelt. Es heißt, dass die beiden eine schwierige Phase durchmachen, vielleicht sogar vor einer Trennung stehen. Freunde, die den beiden nahestehen, berichten von Spannungen, die seit Monaten anhalten. Der Druck, der auf Lang lastet, sowohl in ihrer politischen Karriere als auch in ihrem Privatleben, scheint seine Spuren zu hinterlassen. Diese Gerüchte werfen einen Schatten auf Langs bisherige Erfolge. Als junge Frau in einer dominierenden Rolle hat sie sich stets dafür eingesetzt, dass Politik und Privatleben getrennt bleiben. Doch jetzt, wo ihr Privatleben plötzlich im Zentrum des öffentlichen Interesses steht, scheint diese Grenze zu verschwimmen. Kritiker fragen sich, ob sie in der Lage sein wird, den Druck auszuhalten, und ob ihre politische Karriere darunter leiden könnte. Es ist unklar, wie Ricarda Lang mit diesen Herausforderungen umgehen wird. In der Vergangenheit hat sie gezeigt, dass sie in der Lage ist, schwierige Situationen zu meistern. Doch dies könnte die größte Prüfung ihres Lebens sein. Der öffentliche Druck, die Gerüchte und die unzähligen Fragen, die sie noch beantworten muss, könnten sie an ihre Grenzen bringen. Die Frage, die viele beschäftigt, ist, warum spricht sie nicht darüber, warum lässt sie die Spekulationen ins Unermessliche wachsen? Einige glauben, dass sie sich selbst schützen will, dass sie nicht möchte, dass ihr Privatleben zum Gesprächsthema wird. Andere vermuten, dass es mehr zu verbergen gibt, als wir ahnen. Doch während wir auf Antworten warten, bleibt eines klar, Ricarda Lang steht vor einer schwierigen Entscheidung. Wird sie sich der Öffentlichkeit öffnen und über ihre persönlichen Herausforderungen sprechen? Oder wird sie weiterhin versuchen, ihr Privatleben aus dem Rampenlicht herauszuhalten? Die Zeit wird es zeigen. Und was ist mit dem Thema Babys? Diese Frage bleibt ebenfalls unbeantwortet. Ist dies der wahre Grund für die Spannungen in ihrer Ehe, oder gibt es andere Faktoren, die die Beziehung belasten? Es gibt keine einfache Antwort auf diese Fragen, und es scheint, als ob die Wahrheit noch lange im Verborgenen bleiben könnte. Am Ende des Tages bleibt Ricarda Lang eine der faszinierendsten Figuren in der deutschen Politik. Doch die Geheimnisse, die sie umgeben, könnten sie auch zu einer der umstrittensten machen. Während sie weiterhin an vorderster Front kämpft, sowohl in der Politik als auch in ihrem Privatleben, bleibt die Öffentlichkeit gespannt darauf, was als nächstes passieren wird. Ricarda Lang hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie stark und widerstandsfähig ist. Doch die kommenden Monate könnten eine neue Herausforderung darstellen, die ihr bisheriges Leben und ihre Karriere nachhaltig beeinflussen wird. Ob sie diese Herausforderungen meistern kann, bleibt abzuwarten. Während die Fragen nach ihrem Ehemann, ihrer Ehe und den Gerüchten und Babys weiterhin im Raum stehen, bleibt eines sicher, Ricarda Lang wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der deutschen Politik spielen. Aber die Art und Weise, wie sie mit diesen persönlichen Herausforderungen umgeht, könnte ihr Image und ihre politische Zukunft maßgeblich beeinflussen. In einer Welt, in der Privates und Öffentliches oft miteinander vermischt werden, muss Ricarda Lang einen Weg finden, und diese beiden Aspekte ihres Lebens in Einklang zu bringen. Ob sie diesen Balance schafft, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Die Augen der Öffentlichkeit sind jedenfalls auf sie gerichtet, und die Erwartungen sind hoch. Was auch immer die Wahrheit hinter diesen Gerüchten ist, Eines bleibt sicher, Ricarda Lang wird nicht kampflos aufgeben. Sie wird weiter kämpfen für ihre Überzeugungen, für ihre Karriere und vielleicht auch für ihre Ehe. Doch die Herausforderungen, vor denen sie steht, könnten sie an ihre Grenzen bringen. Es bleibt abzuwarten, wie sie mit diesen Hürden umgeht und welche Entscheidungen sie in der Zukunft treffen wird.